Magie, Zauber, Stoß, Kabel, ach, brauche ich den Betrack. Oh, weiter war das Schild, das ist ja sehr gut. So, dann haben wir hier noch, Flammenstoß, Rostfeuer, Bündung, ja, ja, Rostrüstung. Interessant, interessant. Da ist der Affenboss, da ist er, der ganz weggerannt ist, die Pussy. Pussy drin. Ich wäre mal so ein Typ, ich gehe auf die Mop-Spieze aus dem Boss. Ich wollte nicht, ob ich mir ein bisschen mithelfen. Buh. Ah, da reflektieren, oh, fuck, ah. Also das nenne ich mal Lack. Kochkunst. Und eine dämonische Rune. Ah, ja, was gibt denn der mir? Bucht der Zauberformel, ja, ja, den hol ich mir jetzt mal. Äh. Fällt da nicht auf, nur die ganzen. Ach, da, der Grüne. Das war ein nettes Fee. Boah, fuck, ich glaube, ich penne gleich ein hier in der Dungeon. Wird Hufe. Guckt's euch an. Der Arm, Leute. Wenn ich jetzt Play mache, ich auch nur um ja, in der Sommer. Ich glaube, meine Tür hat sich gerade bewegt. Boah, ich sitze gerade so gechillt da, ich glaube, ich penne gleich ein. Ey, Schad. Schad. Okay, meine einzige Rettung hat mich auch im Stich gelassen. Naja. Ich bin bereit. Loll. Was zeigt die Time? 17.22 Uhr. Ach, da ist er, du, ach, weil. Ich hab's letztendlich durchgemacht, äh. Ich bin irgendwie neben mir. Oh, stimmt, das machen wir alle mal falsch. Irgendwie rennen sie mal alle hier rein. Auch ich gerade, aber ich bin auch halt neben mir. So. Wir sind mal ein kleines Arschloch. Oh, oh, ja. Das könnt ihr so schön als DD und Heiler machen. Als Heiler zusammen geizen. Wenn ihr so, sowas haben, wo ihr nur klicken braucht. Einfach ein DD dran hängen. Ihr braucht nicht mal. Ihr braucht, ohne Witz. Euch nicht bewegen. Ja, DD bleibt schon stehen. Na, einfach immer die Tasten drücken. Wisst ihr, wie geil das ist? Das heißt, ihr macht Level Up. Ein paar Klicks. Ja, ja. Ey. Die Güte hört sich cool an Bananenkrieger. Ich guck mal, die hat einen Epik-Zopf. Der geht durch die, durch das Schild. Ich glaub, der hat bemerkt, dass ich ihr feure. Hm. Aber so brauch ich wenigstens mal. Sie kennen schon den richtigen Weg. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich mal aufhören zu folgen. Okay, nach der Dungeon bin ich 100%ig Schlepper. Ich hoffe, dass die Dungeon auch bald vorbei ist. Da war es so oft drin und die ist einfach nur nervig. Entschuldigung, wenn ich so oft gehe. Nee, ne. Mal haben wir den Zählen macht er richtig müde. Und ich kann jetzt auch nicht so rumschreien, so. Ist schon, ne? So, der ist richtig aufgesetzt. Aber ich denk mal, dass ich kein Labern und nicht einpennen werde, ne? Wenn ich einen penne. Dann guck dir zu, wie ich das gekippt werde. Bam! Du gehst mir auch auf die Eier. Jbam! So. Oh. Jetzt ist es wieder eigentlich. Oh, 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 oh. Ein Glück hat er nicht so laut gesagt. Hä? Oh, da will ich mitmachen. 25. Guck mal, Leute. Wohin? Das sieht so geil aus. Auch wenn es gerade leckt, sieht es trotzdem geil aus. Ähm, 25 Leute. Mal sehen, ob wir das schaffen. 25 Leute zusammen zu kriegen. Wir gucken mal. Okay. Ey, da können wir doch schon eine Dungeon laufen. Soll ich mich auch mal anmelden? Ey, komm, ich möchte mich auch an. Soll ich mich anmelden? Oh, nee, komm. Entfernen. Ich bin so ein Arschloch. Ich kann mich auch anmelden lassen. Das kommt bestimmt so geil. Oh, da ist jemand Level ab. Schreibe mal GZ. GZ. Ja, woher leckt das geradezu? Oh, Welt. Okay, das war wahrscheinlich die ganze Zeit leckend. Oh, jetzt hat es aufgehört. Und, Leute, ich habe nicht bekommen, wenn man per Tasten spielt, es ist wirklich viel, viel einfacher. Ich habe jetzt mit meinem Priester zock ich fast nur noch mit Tasten jetzt. Ich muss sagen, das ist viel einfacher. Ja, zurzeit ist mein Priester mein Main und der wird längst auch mein Main bleiben. Heiler ist einfach meine Klasse. Auch wenn das hier geradezu leckt. Ich weiß, der Magier macht das nicht so gern, dass er nicht meine Klasse ist. So, und jetzt riecht dich nicht so auf, Magier. Du kriegst nur noch deinen Auftritt, ne? Du musst jetzt nur noch hier mal ein bisschen die Mops killen. Das Baum fällt. Und ich muss ja langsam mein Motorwaffel-Lizplay zu Ende bringen. Oh, wochen leckt das so doll? Guck mal, ich habe meine Eichhörung nicht mal sehr hoch. Ich habe sie auf Mittel. Das ist doch Mist. Ja, ja, das Frebs spinnt zurzeit irgendwie auch so rum. Und dann werden wir uns halt mal damit zufrieden geben, dass das leckt. Ja, aber wer will schon heute da nicht geleckt werden? Hat's nicht gehört. Ich habe irgendwas aufgekreizt in meinem Kopf, irgendwas blutig. Ach, nee, da kommt nur eine westrische Flüssigkeit raus, als er nichts Schlimmes. Jetzt fällt mir erst mal auf, wie eigentlich das viel ist. Mir fällt gerade auf, dass es gar nicht verleckt. Oh, endlich. Nächster Boss. Leute, bitte macht hin. Ich kann die Danischen nicht mehr sehen. Mir kommt gleich alles hoch. Uuuuuh. Uuuuh. Ja. Zu spät. Seit wann zieht man mag ja eine zu viel Mana. Ja. Ja. Da. Ja. Ja. Stärke und Ausdauer, umgrillte Trefferwertung. Ich weiß nicht, irgendwie brauchen wir das. So, das mussten wir hier tun. Wir brauchen netten Triff, netz, was für netz.